Burg Frankenstein, am Rand des nördlichen Odenwaldes mit weitem Blick in die Rheinebene, Panoramablick und Restaurant. Eine mittelalterliche Burg, durch Frankenstein bekannt, zur History, 750 Jahre alt, im 13. Jahrhundert errichtet, 400 Jahre lang im Besitz des Geschlechts Frankenstein. Man kennt hier Schauergeschichten, mordlustige Monster und sonstige Gespenster. Alles ist frei erfunden. Die Burg verfiel dann später und wurde 1662 am Hessen übergeben. Heute ist die Burg restauriert und baulich gesichert. Es geben ein Restaurant, Hochzeitsmöglichkeit und eine Standesamtsstelle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017